ja und damit ein großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde ja in diesem video gibt es einen kleinen zusammenschnitt mit den besten 10 als fm bieler aus den letzten vier live streams lasst gerne ein like und ein abo da und ja wünsche euch ganz viel spaß reinfahren alle agents die nachkommen einfach reinfahren da da hier rechts da da rechts ja ja woanders damit fahren kannst ja ach du scheiße ja ich hab ich bin hier völlig scheiße ah und bin down wirklich ja weil ich falsch angefahren bin ah 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 ich hab jetzt ins stream so schwer oder ich warte ich kann noch im talk bleiben die mich einfach den laptop zum schluss einpacken mutter nachher der in dennoch am besten sie auch mal ich glaube jetzt geht sie ab ok dann haben sie erst geschossen ein taktischen vdm gemacht oh mein gott sie sind ja das ist schon sehr frisch und dann noch ja ihr seid die geilsten Digger auf den Stress mache ich erst mal nö bin ich mal weg Jungs nö der er lassen wir lassen das macht es schüttelst was auch immer daher kommt auch das motorrad keine chance wenn so ein typ dabei ist also ich bin jetzt von tot ist auch und dafür pläume betraten und anrufe die FB Mordani Kotzung bitte Durinsky in die Garage bitte und wo kommen denn die Schichtchen wieder Zehn Autos? Scheiße, ich mach das, ich mach das. Oh scheiße! Nein! Hallo! Ich wollte ihn grad hoch holen, hören Sie auf! Ich bin da etwas. Ja, dann hören Sie doch auf! Hä, was ist denn mit den Leuten falsch? Ja, bei mir gerade auch. Rdm? Ja, noch immer. Ja, läuft. Mal sehen, vielleicht, wie der dort ist ja. Oh Mann. Ey, das gibt's doch nicht! Die hat uns einmal geradehin gesagt, dass der entzogen wurde. Ich glaub, hier wird schon wieder geschossen. Das Katie ist am Start, moin! Das Katie ist am Start, moin! Oh, jetzt ist der schon wieder bewusstlos. Ich hab kein Fleisch mehr! Ich hab nix mehr! Ich hab gohr nix! Gohr nix! Wenn ja keine Bitkits hier, ich muss mich ganz schnell... ähh... Ich hab keinen Medikits mehr mehr mehr. Digga! Ich hab nischt mehr Pete? Ja? Ich hatte grad ne erste Festnahme Okay Nach einer Woche FAB Wie bitte? Die Zone vom FAB Tower hier durchgefahren Ja, ich hab's gesehen So, jetzt nochmal, was mit Festnahme? Ja? 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 Was geht so? Was machst du? Hier ist harter Beschuss Wo denn? Äh... Wow Stark, Bro! Äh... Äh... Nee, FAB Tower Aber... Ja, warum... Warum wird kein Lokaler gezündet? Keine was gezündet? Kein Lokaler Sonst würde ich hinfahren Ja, keine Ahnung Frag mich nicht Sind die alle wieder inkompetent? Hm... Würde ich jetzt nicht sagen Keine Ahnung Ja... Das inkompetent Ja... Ja, Leute Das war's mit diesem kleinen Zusammenschnitt aus einem Livestream Ich denke immer weitere Folgen werden dazu noch kommen Lasst gerne ein Like und ein Abo da Ansonsten sehen wir uns mit dem nächsten Video oder nächsten Livestream wieder Also Leute, bis dahin und ciao, ciao!